Wie sehen Sie jetzt die Situation mit der Wahl des Spitzenkandidaten der CSU, Weber? Ja, zunächst mal gibt es jetzt einen Kampf zwischen dem Parlament und einigen Staats- und Regierungschefs, bei der es weniger um Personen geht, als darum, ob Europa sich weiterentwickelt hin zu einer parlamentarischen Demokratie oder zu einer rein wirtschaftlichen Technokratie. Und ich muss sagen, die Frau Verstager zum Beispiel von den Liberalen, die schätze ich, die Frau ist sehr kompetent. Überhaupt bin ich sehr für Frauen in der Politik. Europa, die fönnizische Königstochter, war ja eine Frau und in der Geschichte der EU-Ramfrauen immer eine ganz große Rolle gespielt. Aber in dem Fall muss ich einfach sagen, die Frau Verstager steht für ein technokratisches Europa. Sie hat nicht kandidiert für das Europaparlament, sie war keine Spitzenkandidatin, sie hat in ihrem eigenen Land überhaupt keine Hausmacht, weil die dänische Regierung ist ohne ihre Partei gebildet worden, sie ist dort in der Opposition. Das heißt, das hat mit Demokratie nichts zu tun, wenn man sie vorschlägt, sondern es muss das Rennen gemacht werden zwischen den Spitzenkandidaten der Parteien. Und da liegt natürlich Manfred Weber an der Spitze. Er als Chef der stärksten Partei hat ganz klar den Auftrag, die Europäische Kommission zu bilden. Und die Europäische Kommission ist nach meinem Verständnis ganz klar die europäische Regierung. Die muss parlamentarisch gewählt werden, die muss parlamentarisch kontrolliert werden. Sie ist nicht nur eine Behörde, wie das mancher meint.